Oriana auch mal abliefern jetzt. Ich glaube, ich sollte eh es gehen. Die macht weh, Auto-Attack, Auto-Attack. Seiler, mein Einfachkindheit, BS, bist ein Geiger-Dude. Das ist Sailor Moon gerade, ja, genau. Ja, richtig. In deinen Händen, was du da raus machst, es wird nicht leicht sein. Du musst bereit sein. Das Lied habt ihr mir vorgeschlagen bei Only Up und seitdem ist es so ein Banger, dieses Lied. Ich habe es noch nie davor gehört, ich habe die Serie nie geguckt. Aber wir haben sogar Karaoke gesungen auf der Gamescom und das kannten alle. Alle sind abgegangen. Voll geil. Vor allem Anni, Anni hat es richtig gefühlt. Macht der Weg. Da ist er kurz, doch. Aber es ist heller als Licht. Es wird nicht leicht sein. Du musst bereit sein. Du hast die Macht der Wegs. Ist dieser Typ eigentlich der Sänger von jedem Anime-Intro auf Deutsch? Dem auch noch lebt ein Traum, ne? Man hat eine Banger-Stimme, ich weiß. Besser als meine, definitiv. Aber das ist auch nicht schwer. Ich werde Heuki mit den 19 von 19 Minions zählen mit Land, sage ich. Noch zwei Majors, dann haben wir die 19 von 19. Ich habe noch nie in meinem Leben in Mon피's geguckt. 25 von 25, Chat. Last hit, Queen. Ich speed ihn mal, während er mir vorbeiläuft. Erste Minion gemisst. Cringe. FF, 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 FF. Nur 30 von 31. Mensch. Chobi wäre stolz. Chobi würde gerade peinlich berührt auf den Boden schlagen. Gucken. One Piece. We are as one. What for us? AHHHHHHHHH. Ach. Time ticks ticks away. One Piece Und sonst sind wir Base und dann stellen wir in Wahrheit für 1500 Gold. Jetzt hast du den Ball verschwinden, damit sie denkt, wir sind Base. Aber Joke's on her. Ja, sie denkt, ich bin Base. But it was all a ruse. It was all, it was not but a ruse. Ich hab Radio Station angestellt, auf heller als Licht. Und dann kam danach One Piece, warum kommt jetzt Shakira? Singt Shakira auch Anime-Intros oder was? Wer gibt das Sinn? Chat? Das ist auch ein banger Song, of course. Aber hä? Das kommt Pokémon oder so? Ah, man. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there. It will be near. And that's the deal, my dear. Iranda, you'll never have to wander. Und push die Mane Wave mit. Raus. Der Hass des Feindes, der sich in mir vereint. Das ist ja absolut illegal. Wir danken dir, Mulitz, Famous und Lord Lugan. Vielen Dank, was hast du? Hi, du schnucki Po. Du schnucki... Was? Po? Womit ich putz? We're ever, we're meant to be together. You're over, there under. Das fühl ich mich gar nicht mehr wie eine Anime Queen. Jetzt fühl ich mich einfach wie ein Shakira-Fan. Shakira ist schon ein banger Leader gewesen früher, no? Eine gute Shakira-Tage, so waka waka und tipps don't lie und wherever, whenever. Banger, banger, banger hat sie rausgehauen, die Frau. Banger nach banger. Hab sie nicht wirklich gehört? Ich hab die, ich hab Shakira auch nie wirklich gehört. Aber du kennst trotzdem ihre Leader-Laser, no? Ich hab die auch nie gehört. Aber du kennst trotzdem ihre Leader, weil es halt Pop war. Ich hab auch Linken Park und Biddy Talent gehört. Auf meinem Radio und ich hab dafür, ich hab Biddy Talent zweimal gemacht. Hey, von meinen Eltern zum Geburtstag geschenkt bekommen, das Album. Trotzdem kenn ich die Leader von der Frau. Das ist sehr spannend. Weltstar halt, genau. Ist halt nicht unbekannt, die Lady aus irgendwo, wo Spanisch gesprochen wird. Ist eigentlich Shakira ein echter Name oder ist das einfach ein Künstlername? Biddy Talent 2 war auch voller Banger? Ja, auf jeden Fall. Deswegen hab ich mir auch zur Wurzeit gewünscht. War kein Banger. Immer noch für die Tendl-Fan nach all den Jahren, of course. What I really, really want. This is a fine game. Shut down. And with my friends. Friendship never ends. Als nächstes haben wir bei Karaoke auch gesungen auf der Gamescom und ich kannte das gar nicht. Also nicht gar nicht, aber ja, deswegen hab ich jetzt ein bisschen gelernt. Oh man. Nase war Mitte, aber ich glaub nicht, dass ich was machen kann. Das ist Nase after. Aber die ganze Zeit bitte geblieben ist, ich kann das nicht. Und die ganze Zeit bitte geblieben ist, ich kann das nicht. Und die ganze Zeit bitte geblieben ist, ich kann das nicht тоже ausbauen. Oh man. Und jetzt geht es dir nicht. Du musst dich mit meinen, die Freunde gehen. Das ist nix. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr. Es kann es nicht. look 114 schon wenn es gleich 117 nice wenn ihr ein teammate spielt oder ein champion genere kriegt ihr dann sechs stecks aber wo ich selbst zählt of course nicht aber kann ich nicht rum der kepp das keine ulti sucht das war schon einfach fertig you gotta get with my friends make it last forever was ein schittiges mittel gehen wieder verlassen und in aller ruhe da wird 12 12 erreichen unsere boots bekommen in wenigen sekunden nice joe die nasus hasst mich look at this guy er ist einfach objektiv gesehen der bester des spieler sidestep aber frost und so bekehrt das noch aria um drauf weil der objektiv gesehen hübscher mensch ist mein penis ist gewaltig meine skillshots und clean ihr wisst wer es ist es ist die mittel in queen die stärker die durianer das so joe die heißt verspielt oder was ich habe niemals ein mädchen gesehen das so verspielt ist oder was ist die das ist die line naja ist raus wenn er will weil ich hätte keine wäffens nicht behalten heißt schön ah ok nie so schönes mädchen gesehen alles klar ok verstanden das ich brauche ich brauche essentenz ich brauche mein assistance call an ambulance aber nicht für mich Do we require my assistance? Fireball, 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 fireball. All I want is you, oh my shitty. Ich will nicht sein Nasus. Und sein Hass gegen den tollen Grünen. That's so, Julie. Warum gibt's nicht mal so'n Song? Ich hab noch nie'n Dude gesehen, der so hübsch ist. Hallo? Was ist das? Aua. Ich hätte eh drücken müssen. Mir fallen mindestens 10 Lieder ein, wo Frauen hübsch sind. Warum bin ich nicht hübsch? Will auch hübsch sein. Riot Games, auch mal reinpatchen. Wow. Er hat acht Kills. Wait, er hat acht Kills. 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 Das Lied ist so terrible, mach's aus. Ich mach jetzt ein anderes Lied an, wo Frauen schön sind. Und zwar an dem hier. Passen, weil wir morgen nach Frankreich fliegen. Und einfach acht Kills, Alter. Der Hund hat Flash. Er hat Flash. Er hat Flash. Repeat, er hat Flash. Da wird nicht der FFC gewonnen. Versager-Mindset. Hat der jetzt der Hinner gegen mich geflasht? Der Nasus ist gegen mich geflasht. We can win. Nochmal Arrow hit'n, Ash. Ja. Ja. Flash auch noch von Israel. No Flash Nasus. No Flash Nasus. I repeat. Wurde gebodyblockt. Aber alles gesightsteppt. Bis auf den Part, wo ich geblockt wurde. Pulse. Ja, ich hab dich jetzt weh. Du dachtest auch, ich bin nicht aufmerksam, ha? Ich bin aufmerksam, als du es in deinem Leben je warst, du Versager. Bitte schau mal, bitte kam. Danke. Mein Blu läuft in 10 Sekunden aus, ich hab keinen TP-Ward, um auf my Fights, Yastu-Play zu committen. Oh, wenn mein Kamerwurf eingesammelt vor ausgelaufen ist, das war gut von ihr. Oh, meine Wäffsche. Richtig und richtig. Arrow doch da! Ne, jetzt einfach mal Arrow zütten, wenn der Typ so an die Wand dran läuft. Ja, jetzt ist Terri- Wow! So, hat er Vision auf dich? Davor hat er keine Vision. Über die Wand hat er so keine Vision, tatsächlich. Arrow hat keinen TP und sie getoppt. Drake ist also eigentlich free. Ich TP gleich topland. Aber erst, wenn der Drake wirklich free ist. Wenn wir sind die Queen, die einfach überall zeitlich ist. Die, es gibt keinen Grund zu sterben. Wir haben das Projekt bereits die Qt gehabt. Jeder Death, den ihr jetzt habt, ist Int. Jo, ich bin besser als sie. Und das war weiter. Also, gleich wieder. Ding jetzt ab. Aber Frost. Ich bin einfach besser. Objektiv gesehen, die bessere Star Guardian Queen. Wie dieser Scheißhund. Chat, sag mir, dass ich hübsch bin. Sag es, tu das. Wenn schon keine Lieder mir vermitteln, dass ich hübsch bin, dann müsst ihr mir das sagen. Chat. Mach mir jetzt Bella an von Matrix Games. Ist das literally, ja. Sehr wortwörtlich. Ist aber auch ein Banger. Deine Queen! Deine Star Guardian Queen bin ich. Meiner Star Guardian Oriana. Fick dich, Ash. Mein Farm. Ich hab einen inby ... Ich hab wieder einen in den Jungied. Ba-ba-da-bam-bam-bam. Na, ist ein hier. Oh, bam, Junge. 50 Gold bekommen. Nur einen einzigen Pink. Wie gesagt, wie ich ihre Ult gecancelt habe mit meiner Ult? Weil ich nämlich die rote Spinnen. Bella. Uhu, Bella. Uhu, Bella. Uhu, Bella. Waddership. Ich habe immer noch La... Dingens. Seraphs Embras. Aris 0,3 und sie wird gestompt, wird sie nämlich von der Lady mit dem Clockwork. Clockwork Max... Nein, ich sag's nicht. Reicht jetzt auch. Oh, der scheiß Nasus. Warum ist da ein Minion hier? How did this guy end up here? Seriously, wie ist der so weit von vorne gekommen als einziger? What the fuck, Team? What... Mein undes Problem da. Mein undes Problem da. Natürlich, das ist die Analyse meines Teams. Das war das Problem. Mein undes hat das Problem, ja. What the fuck? 30 Odds of Nasus drauf. Einfach nur zum Runterrennen, während zwei Leute nicht da sind. Und einfach alle sterben. Amin, und wir alle rennen runter und wollen denen noch helfen, um weiter runter zu rennen. Amin, 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 ja. Dafür sehen wir noch öfter unsere Stargarn in den Laufanimationen. Wiuuuu. Unsere 0-3-Ari steht jetzt 1-3-2. Wieder erst auf Crux, wenn nicht können, gehen wir nicht contesten. Einfach meine Ash for free bekommen. Ist auch geil. Würde mich freuen, wenn ich mehr in die Team wäre. Öh, öh. Let's verlieren. Okay. Verzweiflung incoming. Ich hab aufgepasst. Eee, eee. I was paying attention. Don't worry about me. I am a watchful protector. A silent guardian. A dark knight. Dööööö. Hans Zimmer. Christoph Norden. Und so. Animal fight. Into Uriana-wills. Hunt him down like a dog. Hunt him down like a dog. The dog has been hunted. Like a dog. Ey, danke der Nebulak und Dark Lion. Vielen Dank, eure Sabs. Willkommen. Liebe Harry. Liebe. Liebe. Der Hund ist tot. Oh, wieder 10 Kills. Und Uriana ist sowohl anders hingelaufen. Wie wär's mit Diana töten? Aber warum würdest du nicht just kill the Diana töten? Okay, ja. Wir ulten. Ja. Gute Games. Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Als long as we have death gap we can win Immer so genau durch seine Wind vor durchläuft an dem Punkt wo ich ihn ulten kann Sympathisch Ute Papa Ute Noch bisschen mehr Yolt für den Tollkühnen und dann hat er sein Item fertig Don't die toplend because I don't want to TP Einfach jetzt auch mal nicht sterben Du hast du nichts zu gewinnen Du hast nur deine Ul zu verlieren Super Dein Ul ist so wichtig für unser Setup Die sollen jetzt stoppen im Defendant Uli ist tot und einfach ohne Ulz ist basically kein Schärfer mehr Like what is my T Es ist mein Mein Bad Ich kann mal noch mehr Wenn sie stirbt haben wir Nash Und sagen meine Ulz auf die wir da in der Weckland War einfach sexy und ich bin ein sehr schöner Mensch Kriegen wir Nash vielleicht Sie ist noch ne Weile tot Sollen wir nicht sterben Ich hab euch alles freigespielt Einfach mal nicht sterben jetzt Ich muss einen WF nehmen und dann kann ich rein typen zum Nash Dem vorher sterben ist nicht gut Nämlich die Minions unsere Nexus Aber das versteht mein Team nicht Dann ist Kameis leider tot Ich glaub ich ihn schon so geholtet hab ne An der Wind voll halt vorbei basically Nur schon drei oder viermal mittlerweile Ich hoffe das gut für uns ist Ich hoffe das Soll ich es erstmal sich rüberkriegen im gesamten game hier Bitte just run Just run Just run Du hast gespeedet Sie war geslowed von command Du so nennst Jetzt muss ich ein Asyl sterben oder Kann ich alles dodgen Jetzt klingt die Nashleck ist es so cringe Nach allem was ich getan habe They still get Nash Danke für die erste Malfahrt Uriana Combo Uriana still the queen Der Sim ist gefährlich Ich hab Stopwatch und ich hab danced ihn aber Zera beginnt Zera vira have some breaks Ich sollte fein sein sSsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SsSSSSSSSSSSSSSSS Ich bin besser Objectively speaking Make a game, make a game Make a game, make a game Binger game chat Ich habe nur ein einziges Mal diese Chance gehabt Zu stopwatchen, außer wir kaufen jetzt einfach Wow, I guess we just do it Das ist Diana Ja, so ist das beste Counterplatte dagegen, das es gibt Gegen die Combo Können wir noch Mejai-Skin oder Voidstuff Vielleicht lohnt sich Mejai-Skin, wir haben gerade 10 Stacks auf Darks hier 809 AP, aber nur noch für kurze Sekunden Gleich läuft unser Blueport aus Und dann verlieren wir natürlich so 100 AP 70 AP circa verloren Okay I believe that we can win Oriana late game ist auch fucking fun zu spielen Wir sind die Queen der Midlane Wir können erst danach ran leider Holy moly, es wird damage Mal groupen, Malfight, ULT und Oriana, ULT und einfach gewinnen Die gehen aber das gleiche machen, bloß mit Diana Yasu Die jeweiligen Bombo kommen muss, sind beide mit großer Stärke auf jeden Fall In beiden Teams Any Arrows? Wuhu Sie hat gearrowed Wir haben eine Person getroffen And that's not good enough Und E-Shield Oh, ich bin happy, wie's gespielt hat Oh, okay, ich bin tot Wie ist der Elson an Uli vorbeigelaufen? Hat Uli die Wave gefarmt, oder? Okay, wer gewinnt das? Das Duell der Jungle Titan? Starix Gate, Uli? Diese Scheißrolle Mit 16 und 20 Kills Unbalanced, das fuck, diese Scheißrolle WP, WP Ich musste sofort wechseln, als Diana kam, weil sie geflasht hat Dann habe ich nur eine Person mit ULT getroffen, was keiner bad Weil ich hätte eine halbe Sekunde mit ULT warten müssen Weil der Diana hat dann so geholte, dass Yasu sich aus meinen ULT raus verschoben hat Sodass, wenn ich eine halbe Sekunde später holte, ich zwei Leute treffe Ich muss halt meinen Ball gut positionieren für Windwall, aber sonst komme ich halt nicht vorbei Ich denke, es ist schon immer ein bisschen close und lucky auch irgendwo, aber ich Also, ne Like what is this shit? Don't die now Greizt sich auf Nash Any Arrows? Seele jetzt free und Nash hoffentlich auch mit dieser ULT von URIANA Aaaaaaah And that is a big hit, chat, that is a big hit Aber bitte früh, du bist Malfight Wir würden nicht spät-defeat, du bist Malfight, du bist nicht am flanken, du spielst front to back mit uns Gehen sie zonen, weil wir die Queen sind Die Queen Queen ist tot, aber weiß noch nicht warum ich da keine Hilfe bekommen habe von Yasu und Dingens, genug Karma wollte mir beistehen Ich wollte den Charm nicht sidestepnen, ich war Gwithered Und im Wither kann man sich nicht bewegen, bekanntlich Aber as long as they die, it's fine, Yasu ist hinter uns am flanken And we are ending it Und we are winning it, chat We are winning it Das war ein banger Game Auch nicht zuletzt dank unserer URIANA Performance Die Star Guardian Queen Star Guardian Queen Green GG Es wird nochmal Zeit für heller als Licht für unsere Queen Heller als vorigen Licht, mate Danke der Sir Nubu für den Sub Vielen Dank, Mann Ja, also die mittleren Games waren heute auch absolute Banger Die Top-Lang Games waren auch absolute Banger Heute war ein richtig schöner Tag für die Einzelwatteschlage Wir wurden sogar wertgeschätzt mit drei Onners Von 4 Buh, der Deine Mucki Die niemals erlischt Oder so